Hi Leute und willkommen zurück zur Honkai Starry. Ich habe jetzt ein paar Accounts gespielt, in den ersten 20 Puls, aber bei keinem Account irgendeinen 5 Star bekommen. Das heißt, wir spielen jetzt mit dem Account, mit dem wir gestartet haben, weiter und versuchen dann halt über die Daily Logins und über den Stufenaufstieg dann mehr Puls zusammenzubekommen. Irgendwo ist auch... Genau, wir können hier noch das Training machen. Sollen wir das machen? Sollte nicht so lange dauern. Man kann sich die Charaktere anschauen, genau wie bei Genshin, was sie so drauf haben. Genau, deshalb will man Seele haben hier massiver Schaden auf einzelne Ziele. Nach Besiegen eines Gegners erhält sie eine zusätzliche Runde. Ja. Was ist ein Schaden? einfach tot so jetzt hat sie noch mal eine runde jetzt war ihre normale runde so you are afraid of me wir haben jemanden getötet sie kriegt noch mal eine bonusrunde mit mir aus hier Deshalb will man diesen Charakter haben. Ähm, ja. Sollte man auf jeden Fall versuchen, den zu bekommen. Jetzt in den ersten, was ist das, 22 Tagen. Und natürlich dann natürlich auch die Waffe. Versuchen, Sternbild so hoch wie möglich zu machen. Wir holen uns jetzt hier erstmal nur die Extra-Items. Weil die erstmal nur für uns wichtig sind. Inputting commands. It's too late to repent. Let's go. Batter up. Nein. Enemy data secured. Netmarkers activated. Time for good old counterattack. Also ich hab's natürlich Enemy targets detected. This happened. Step aside. Kannst du bitte sterben? Let's make it quick. Take this. Dang it. Dementsing support. Ready for another? Enemy data secured. Netmarkers activated. Time for good old counterattack. The time is now. Let's go. The truth of life and death. Revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Check. Break. Let's make it quick. Rules are made to be broken. I'll contain them. I'll contain them. Just a scratch. Enough. Clemency? Never heard of it. This is our chip. This is our chip. No. We're alive, villains. We're alive, villains. This is my stack, right? Follow Hook if you want to win. Pitch Dark Hook's a great time to ride. Make way, make way, make way, make way. Woo-hoo! Woo-hoo! I told you I could fight. With me out here, how can we lose? Try that again. You hit me. You can't run. Time to make some mischief. I told you I could fight. Watch this. Red Wing. Try that again. You've still got time to surrender. Let's go. Ah! Ah! You can't run. My turn. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Follow Hook if you want to win. Pitch Dark Hook's a great time to ride. Make way, make way. Woo-hoo! Bang! Now you see me. Now you don't. Watch this. Yuck! You call it small! Yuck! I told you. Watch this. Okay. Das Letzte ist die Heilerin, die man auch gerne nehmen würde aus dem Banner von Seele. Move carefully. Let's make it quick. Take this! Here comes the medicine. Much better. Feels like more than that. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Think nothing of it. Let's go. That'll take more than me. That'll take more than me. Naptime. That'll take more than me. Clemency? Never heard of it. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Great! Rules are made to be broken. Okay, then we played the test auch einmal komplett durchgespielt. Das war dieses. Schließe das dann das ab. Dann bekommst du die Figur umsonst. Das ist wie Abyss, glaube ich. ´Groësドlich. Ah! 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 Das war's für heute. Oh, the exit's over there. How do we get to it? Freeze! Freeze! Step aside. We try hard sometimes. I have no interest in stoking content. Check out this awesome move! It's too late to repent. Rules are made to be broken. Decisive strike! You won't get away! Clemency? Never heard of it. My turn! Watch this! Let's make it quick. Time for a detailed one at a time! Step aside. You have the... Combat is a... Clemency, the time is now. You couldn't have done it without me. You're too late. Come on around! Come on around! Run around me! My turn around me! Das war's für heute. Ja, praktisch war ein Schott. Okay, die anderen Sachen habe ich jetzt auch bekommen. Man kann schon Ausrüstung bekommen, bevor man überhaupt so weit ist, dass man die fahren kann. Es gibt ein Web-Event, bei dem man sich praktisch eine Ticketkarte für den Zug erstellt, die teilt, andere Leute, die anklicken und so weiter. Und da kann man auch ein paar Wünsche praktisch online machen. Und dann kann man schon Artefakte bekommen. Es ist natürlich auch random, welche du bekommst. Und da kannst du dir zwei von denen, die du dir gewünscht hast, kannst du die praktisch in dein Inventar legen lassen. Und die beiden habe ich, 4 Star und 3 Star Item. So, genau, hier muss irgendwo der da. Der da soll ein ganz starker Gegner sein. Komm her. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Okay. Nochmal, sofort. Versuchen hier zu brechen. Chilt of E. Stay right there while I give you a present. Ähm. Batter up. Hm. Try that again. Just a scratch. So. Oh. 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 Ganz ruhig, Boys. Was ist mit euch? Ähm. Come one, come on. Clemency? Never heard of it. Ähm. Ja. With me out here? How can we lose? Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Let's make it quick. Lull. Sehr, sehr, sehr nice. Nein. Wum. Weg. Rules are made to be broken. You won't get away. I have something for you. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Step aside. I have no interest in stoking conflict. The time is now. Circle. You can't run. My turn. Stay right there while I give you a present. Time for a... Don't. This can't be. Nein. Try that again. Natürlich der, der hier brechen soll. With me out here? How can we lose? Ich bin jetzt tot am Boden. Das ist nicht gut. Let's go. Let's go. Better up. You can't run. I'm so sorry. Try that again. You have the worst luck running into me. Stay right there while I give you a present. Combat is a series of precise machinations. You're annoying. You can't run. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. My turn. With me out here? How can we lose? Let's make it quick. Take this! Rules are made to be broken. Time for a detailed overhaul. One at a time. One at a time. Try that again. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. You can't run. You can't run. You have the worst luck running into me. Stay right there while I give you a present. One at a time. Let's go. You won't get away. I told you I could fight. Watch this. As if he so quickly... Scheiß Schild. Try that again. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. You can't run. Combat is a series of precise machinations. Come one, come all. Okay, geschafft. Mächtige Gegner besiegt. Und dadurch haben wir jetzt... Die Truhe unlockt, die hinter dem stand. Ja. Und wir haben eine Waffe bekommen. Und Stellagy 30. Nice. Ah, shiny. Oh, sparkly. Äh. Okay. Den. Bisschen poken. With me out here, how can we lose? Batter up. Try that again. Rules are made to be broken. You can't run. I have something for you. Nemozo. You won't get away. Okay, immer noch auf dem Weg zum Bahnstein. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao, Leute. met ihr. saturated. Damales. atrás. breakdown.